Nun noch vier Tage bis Weihnachten. Heute ist Freitag, der 20. Dezember und wir zeigen euch im InPixels Advent die App 12 Tage Geschenke. 12 Tage Geschenke ist von Apple und ermöglicht euch ab dem 26. Dezember für 12 Tage lang jeden Tag ein neues iTunes Geschenk zu erhalten. Das sind unterschiedliche Geschenke. Es variiert von Musikvideos, normaler Musik, Film, Serien, aber auch Bücher und Apps sind mit dabei. Damit ihr nicht verpasst, wenn ein neues Geschenk veröffentlicht wurde, könnt ihr einstellen, dass bei der App ihr automatisch eine Benachrichtigung kriegt, sobald ein neues Geschenk verfügbar ist. Um euch die Wartezeit zu überbrücken, hat Apple jetzt schon ein kleines Geschenk für euch. Und zwar gibt es ein Lied und das Musikvideo von Lordi zu Royals jetzt schon gratis. Also die App lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist gratis. Und wie gesagt, 12 Tage Gratisgeschichten, das ist nicht schlecht. Wir sehen uns morgen bei der nächsten InPixels App-Vent-Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.